Das ist Naruto9286. Herzlich Willkommen zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind jetzt Part 11. Halt die Schnauze. Ich sag das. Halt die Schnauze, du blödes Headset. Halt die Fresse. Entschuldigung, gerade eben, weil ich gerade wieder böse werde und Aggressionen wieder ablassen tue mit so einem Mist hier. Ja, aber es geht mir ja nicht anders. Hat es ja nur im Spiel gedacht und ist ja auch nur im Prinzip auch nur das Ding gedacht. Wie heißt es? Oh, da kommt der mir gerade entgegen. Bleib hier. Habt ihr gemerkt, dass ich gerade über das Headset geschumpfen habe? Geschumpfen habe eben. Gescholten habe, geschildert, gescholten habe. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist immer wieder ab. Ach. Ach Gottchen. Nein. Oh Mann, ey, wirklich. Das kann doch echt langsam echt nervig werden hier sowas. Ach nee, das muss man mal hier. Ach, ne, ne, ach so, hier. Och, Leute, das ist hier drüben. Ja, natürlich mache ich hier eine Schnellreise hin und das heißt, ich werde mich hier wieder so. Jetzt geht es weiter mit der Aufnahme. Wehe, ich sag das. Kriegst du gleich Stress mit mir und so weiter macht. Perfekt. So. Dann holen wir uns erstmal raus, Jacob. Super. Ja, so ist es wie besser, finde ich. Oh, in diesem ganzen Stress hier. Ich hoffe, dass du bereitst, dass die kommt nicht mehr. Ja, ja, die Konsequenzen lässt du jetzt tragen. Ach. Ne, da würde ich doch gerade hin. Warte. Warte. Wollen wir schon am meisten sammeln? Wir hier gleich. Alles, was hier ist, ein. Das mit perfekt. Dann gehe ich einmal. Warte mal. Nein, das will ich doch gar nicht haben, ey. Hier. Ein Löffel Sirup ist das, okay. Dann, ja. Machen wir jetzt das und dann machen wir das andere nebendran hier. Wenn wir das dann erstmal weghaben, hier. Ich will erstmal wieder ein bisschen was an einer Hauptmission machen hier. Ja, äh, ja. Das heißt, wir müssen... Der Typ geht mir auch gerade auf die Nerven. Das war jetzt... Ja, jetzt tut's weh, Alter. Jetzt tut's weh, siehst du? Das ist dafür, dass ihr mich immer... ...hier so blöd anmacht. Ähm, direkt durch. Weg mit euch. Ah. Oh, nerv nicht. Ja, ja. Fahrt du erst da hin. Du kannst zuerst fahren, Alter. Okay, wir haben genug noch Minuten übrig. Hm. Hm. Hä? Sag jetzt nicht, dass das... Oh, Leute, sag schon nicht, dass das Ding jetzt da oben ist. Ja, doch, natürlich ist das da oben. So. Hoch mit uns. Hoch mit dir, Jacob. Ah. Wo schießt denn du denn gerade wieder hin? Nee, du sollst doch her. Echt. Wo schießt denn die Klinge eliminieren? Ja, schön für dich. So. Dann nehme ich das einmal hier kurz mit hier. Und. Jawohl. Tag. Und. Kadri. Ich bin. Das kriegen wir gerade noch hin. Bleiben die dort stehen oder was weiter? Oder laufen die da noch weiter? Weiß ich, guck gar nicht. Laufen die eigentlich noch weiter? Die beiden Hainis. Die beiden Humpelmänner hier. Oh mein, ich will den Klingeln. Ach, come on ey, wirklich. Und jetzt ab nach oben mit uns, so. Los, los, los. Und, guck runter. Ich will den mit Klingeln erledigen. So, soll ich das erstmal hier... Soll ich das alles erstmal beruhigen, hier wieder alles. Ich will den Typ mit der Klingeln erledigen. Und das kann ich nicht, wenn der... Ich finde es auch blöd, dass der jetzt gerade nicht beide anvisiert hat. Das war das blöd, bekloppteste gerade eben da mit dran. Dass er nicht beide anvisiert hat. Ah, okay, er ist wieder. Wollen wir nur, dass das geht vielleicht? Ne. Komm runter mit dir, jawohl. Ach, ja, ey, kommt. Er verarscht mich doch jetzt gerade langsam. Hoch mit dir, komm. Jetzt haben wir drei Schuss. Ja, ja, schön für dich, dass du... Jetzt geh halt runter, danke. Ja, schön für dich, dass du eine freie Schussbahn hast. Die hast du jetzt gerade nicht mehr. Ach, Mann, ey. Sowas nervt doch direkt, Alter. Warte mal, gibt's hier vielleicht... Ah, hinten gibt's einen Heuhaufen. Ah, ja, super. Finde ich doch gut, finde ich gut. Oder warte mal, kann ich den vielleicht dann von hier oben vielleicht... Kann ich den Depp von da oben vielleicht irgendwie erwischen? Warte mal. Krieg ich den vielleicht von... Ach, komm hoch, mal, komm. Ah, toll, der wird, der leuchtet nur so. Aber ich glaub mir, dass ich den da so kriegen kann, ey. Hm, weil der schlägt ihn dann nur mit seinen... Was weiß ich, was der denn da schlägt, gleich nur. Hm, ja, genau, das kommt mit richtig. Dann komm ruhig her, weil damit töd ich ihn dann mit der Klingel, der herkommt, pass auf. Hab dich, Sister. So, damit ist das jetzt schon mal erledigt, dann kann ich... Ja, los, raus mit dir. Und einmal nach oben. Ach, bist du dir so sicher? Nein, bin ich leider nicht, tut mir leid. Runter mit dir. Leider bin ich gleich weg aus dem Ding, die bietiglich raus hier. So. Hä? Wo ist denn der doch... Ist dieser irgendwo noch? Na, sollen wir hier rüber. So, und ich bin gleich hier raus. Ha, ha, ha. Gut gemacht, Jacob. So, dann einmal hier hoch. So, weg hier. Ziehen die Klingel, die nicht. Das haben wir schon mal. Perfekt. Sieht ja gut aus. Jetzt klappt es wenigstens. Ich mach mal ein neues Ding schon mal, hier ein neues Gebiet mit frei. Junge, hör auf, Alter, mit dem scheiß Gedöns hier, sonst töt ich dich, ey. Ohne Witz. Versau mir meine Let's Blaze mit deinem scheiß Ding hier, Lat. Runter mit uns. Ich drehe das Ding jetzt ein bisschen runter, weil das kotzt mich so an jetzt. So. Warte. So, jetzt. Ja, jetzt kann ich mir jetzt meinen Kopf neigen, ohne dass dann hier dieses blöde Tröte da auftaucht. Ey, das kann echt nicht wahr sein, sowas. Ich lasse es jetzt so eingestellt. Hä, und wo? Wo? Ich hab doch gewusst, das war ja irgendwo in der Nähe. Hier, da haben wir's jetzt. Na, also. Das haben wir jetzt. Und jetzt gehen wir weiter. So, dann wollen wir mal hier hochklären. So. Ja, der hat auf mich zu nerven jetzt. Der Beruhigungs-Sirup ist das Elixier für alle. Beschwinde, du Gauner. So. Ja, doch, so ist okay. Jetzt. Holen Sie sich Starrecks Beruhigungs-Sirup gleich hier. Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpf sinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst geb ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du. Quacksalber. Was ist hier los, hm? Ah, zieleine. Können Sie mich entschuldigen, Madam? Ja. So. Na, jetzt geht das hier wieder los hier mit dem Verfolgen hier. Was willst du denn von mir? Na, was wohl? Ich will von dir, der war, der war, oh. Ah, was, Quatsch. Ich will von dir antworten. Hä, komm mal her jetzt, Freundchen. Komm mal her jetzt. Oh, Mann. Ja, ja, schön für dich. So. Und. Was los? Rüber mit dir. Perfekt. Ja, 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 ja. Ich krieg dich noch. Warte, mein Freund. Hab dich gleich eingeholt, Alter. So. Hier hoch jetzt. Oh, Mann, Alter. Wie viele Ecken hat das Ding überhaupt hier? Meine Güte, nee. Ach, da vorne rennst du mir. Na, warte. Ich hab dich gleich, Freundchen. Ich hab dich gleich. Hab dich gleich, junger Mann. Ah, hab dich schon. So. Bleib hier. Hab dich. Sag mir, wo dieser Beruhigungs-Sirup herkommt. Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Na, schön für dich. So. Oh, du kannst auch sterben. Tschüss. Ha. Das Geld gehört mir. Lass mal schnell hier oben aufs Dach. Warte mal. So, jetzt erstmal hier. Schnell. Jetzt geh halt runter, meine Güte, ey. Verarschen mich jetzt hier nicht. Geh halt durch jetzt. Und... Alter, willst du mich jetzt echt aufhalten hier? Ab jetzt. Verdammt, noch eins. Jetzt geh hier drüber. Nein, lass los. Meine Güte, ey. Echt. Komm raus jetzt. Ja, toll. Alles wegen... Daraus, wo dieser Beruhigungs-Sirup gemacht wird. Alles wegen diesen Pennern, ey. Jetzt alles wegen dem Deppen. war der Plan entdeckend beschaffen hier. Jetzt hört auf zu nerven, Alter. Danke. So, erstmal schnell hinterher jetzt. Ach komm, haut doch mal ab jetzt. Lauf mir nicht grad... Nein, nein, es ist nichts Fingerschlagen, weil... Den Plan... Wow, unbemerkt, er hat das hasse ich. Das muss ich... Das krieg ich irgendwie hin. Keine Angst, das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Ich versuche, dass das gleich beim allerersten Mal hinbekommen, dass ich dann nicht gleich hier... Ähm... Mistbau. Oh, Mann. Das bekloppteste ist, ich hab leider kein Ding hierfür. Hm. Oh, okay. Äh... Ja... Danke. Okay. So. So. Mal gucken, ob ich den von der Treppe oder so kriege. Nee. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So. So. Und? Und? ja Warum soll ich das so machen? Ich kann den ja auch einfach nur so verfolgen, den Typen. Ich kann den Typen eigentlich auch nur eigentlich direkt so verfolgen, wenn was ist. Und dann mir den Plan damit holen. Der Typ hat keinen Kutschenfahrer mehr anscheinend, deswegen... Ja, dann... Ah, endlich. So. Perfekt, dann hol ich mir nämlich jetzt da. Lauf ich dem doch mal nachher. Nee, 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 ich weiß, wie ich das mach, ohne dass ich da... Dass ich da das habe. Ich glaube, ich weiß, wie ich das ganz einfach hinkriege. Dass das ganz einfach meine Sorge sein soll. Ich weiß, glaube ich, wie ich das anstrengen kann. Ja, komm. Ich muss dem Typen einfach nur folgen. Was ist das Problem? Hopp mal, jetzt. Jetzt geh halt... Der Typ geht da jetzt rein, okay. Ich weiß, wie ich das anstelle. Ich mach da einfach jetzt gar nichts. Ich folge dem Typen jetzt einfach und besorg mir die Pläne, wenn wir am Ziel sind. Das ist das Einfachste, ohne dass das irgendwie schief gehen kann. Glaub mir das. Okay, dann beenden wir jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Das war jetzt der elfte Part. Wir sehen uns im zwölften Part wieder. Ciao. Und...